Hallo liebe Leute, Grüße zum Mittelpunkt des Tages, es ist ein Fazilhinter, heute ist der Gemüsehändler jetzt dran. Moment, ich schau mal weiter. Hallo liebe Leute, Grüße zum Mittelpunkt des Tages, es ist ein Fazilhinter und heute habe ich 6 Autogrammkarten, werde ich verschicken, anfangs habe ich da. Und der Gemüsehändler mit, und zwar ist der von Rüdiger Obst, der hat mir den immer fehlt, könnt ihr auch, und der Gemüsehändler mit, das ist so, eine Frau zum Gemüsehändler, eine Banane bitte, mit dem Gemüsehändler, da nehmen sie doch 2, dann können sie eine essen. Das fand ich sehr gut. Eine Frau zum Gemüsehändler, eine Banane bitte, und dann der Gemüsehändler, da nehmen sie noch 2, dann können sie eine essen. Und die Erklärung, die Gemüsehändler meint, die Frau will eine Banane für einen 6, und dann sagt er denen noch 2, dann können sie die zweite essen, dann hat sie einen zum Essen und einen für einen 6. Ok, ciao, bitte abonnieren. Ok, schön, aqui고요. Vielen Dank.